Der 1. April ist zwar schon rum, aber das hier ist die 1. April-Version von Brawl Stars und da kommt einfach, ja, ihr merkt es, die Hintergrundmusik. Ey. Außerdem gibt es noch hier diesen Elfrimuskin und diesen Kacki-Spikeskin. Ey, ich finde diesen Kacki-Spikeskin eigentlich gar nicht so kacke. Ich will den unbedingt haben. Ganz ehrlich.